Wir haben alles auf den allgemeinen B-Channels, oder? Geht das jetzt nur für Deutschland? Geht das nur für Deutschland? Nee, ist gar nicht für alle. Weil wir haben ja gar keine B-Channels, allgemeine B-Channels für Englisch und Spanisch. Aber wir haben allgemein, äh, eben, ja. Ja. Na? Zeh' ich noch nicht? Ja, manche kompliziert waren. Einfach eine Zufallszahl, 1,24, zur Funktion. Kannst du nicht, dass, dass sie, äh, einmal um 0.01 neu berechnet wird? Okay, ich finde, für mich wirkt es eher ein bisschen wie, wenn ich keine ohne Spanzen geschossen habe. Aber, äh, wenn es funktioniert, dann auch fein. Macht das mehr so, wenn wir fünf verschiedene Grafiken hochladen? Und dann zufällig, dann immer, äh, eine andere aufrufst? Oder, ähm, macht das? Ja? Mhm. Gut, das heißt, ich gebe dir jetzt die URL und dann baue ich das entsprechend ein. Dann machen wir das. Okay. Dann müssen wir... Tim? Ja? Wir, äh, können ja per FTP auf Clip-Flip fünf Grafiken hochschmeißen, oder? Ja. Wir werden... Wir sind, wie wir, oder? ... Wir sind sehr, 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 sehr. Nein, wir sind nicht. Und mal, wir sind jetzt wieder lebt. Und dann, wir sind jetzt auch hier weine, dass wir das kostenlos von mir abblieben. Und dann, wir sind jetzt noch ein, das ist ja. Also, wir, wir sind ja nicht, dass wir mit mir nicht alles verlet眼, was wir heute noch nicht gemacht haben, wir haben. Dann siete, wir sind jetzt noch nicht mehr. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.